Der Nomi Wohohohoho Ihr dachtet ich habe auch Super Nintendo gestartet? Das ist korrekt Mein Mauszeiger war da Aber wie cool ist das denn was die da macht Voll gut Und wie viel Arbeit war das bitte Ist das ein Rollstuhl Und runter mit den Skiern Die packt sich locker Wenn die jetzt einen fetten Stunt macht Was ist das für Eltern Was ist das? Clupapier, Domino Oha Wer war da denn am Werk? Guckt euch das mal an Als ob Nicht schlecht Eine Milch Voll die gute Idee Leute Einfach sowas generell mal zu machen Auch für die Familie oder so Finde ich einfach mal als Butler ausgeben Digga, was für ein geiles Gefühl muss das sein Sag mal ehrlich Und das ist auch egal Bonze oder sonst was Wenn man sich einmal wie ein König Oder wie eine Königin Prinzessin fühlen kann Digga, das ist doch geil Stimmt mir zu wenn ich richtig liege Hashtag König oder Königin Je nachdem was ihr sein wollt In die Kommentare Ja, einfach die Milch Er hat's richtig studiert, Mann Voll cool Also feiere ich Das ist auch nicht schlecht Aber ich weiß gar nicht Was das ist, Leute Was ist denn das? Ja, es ist einfach der Burger Guckt ihr den OP hier an Krank Hallöchen Warte mal ganz kurz Ich muss hier einmal die optische Vergrüßungsbrille rauskramen Leute, ihr wisst, ne? Also, ja, das sieht schon interessant aus Hallo Ja Traumfrau, Digga, verliebt Was ist er denn? Er ist richtig am Chillen Der Bär war übel Was ist das jetzt hier? Fangen die damit jetzt alle an? Machen die jetzt alle so acht Videos oder so? Oh Okay, Covid-19, Leute Zwei Meter Abstand Stell dir das einfach mal vor, ne? Zwei Meter Abstand, ey Wie soll das gehen? Was ist das? Popcorn In einer Dose Ey, das ist Genius, Alter Das ist richtig Genius, Leute Wie gut Und was ist das? Ein Fuchs? Das ist ein Fuchs Ich wusste gar nicht, dass die so süß sind Ach, Mann 3, 2, 1 Oh Das ist kein Das ist jetzt nicht in echt Zokolade, oder? Kann ich auch so ein Ding haben? Weiß da mal rein Weiß da mal rein This is gonna take me a while, guys Krank Digga, voll gut Hätte ich gerne so ein riesen KitKat Ich sag's ehrlich Und was ist das hier? So eine Robbe? Wie will am Chillen? Der Nerfshot Voll gut Der Track ist heftig, Leute Der Track ist heftig Geil, Digga Einfach gut Muss ihn kurz raussuchen Leute, Musik hab ich euch unten in die Beschreibung gepackt Hab das Lied gerade gesucht Auf Ehre natürlich Sehr geiles Lied gewesen Und der Typ hat auch mega Bock hier auf die Bank Alter Schwede Da ist ein Flugzeug Alter, das fliegt aber tief, ne? Landet das? Notlandung Digga, die Autos haben aber auch richtig gelitten, oder? Die Autos Wie kann man als Autofahrer Wie kann man da noch überholen? Ganz im Ernst Also so ignorant muss man sagen Da könnte ich mich aufregen, ne? Die sehen das doch Dass der dann in Notlandung hat Und dann fahren sie einfach Sind die dumm? Oh, der Hund Im Wellebad Und der Kleine freut sich Och Mensch Was ist das denn für eine kranke Maske? Wow! Okay Ihre Eltern sind sehr süß Die sind auch sehr weit weg Was hat sie bekommen? Was geht da jetzt ab? Sind das eigentlich Zwillinge gewesen? Krank Jo, was geht denn da? Irgendwie Eine Rakete Und da im Wasser passiert Irgendeine chemische Rek... Okay, was ist das hier? Alter, wie cool Was ist das da mit den... Warum... Warum... Warum malen die in Eiern? Nicht schlecht Darum... Einfach gut Donald Trump Wie der Hobbs genommen des Jahres Alter Boah Und wie sie ihre ganzen Gläser halten, ey Mega gut Was geht da ab? Einfach mit Lego gebaut Wie langweilig Muss einem sein, dass das mit Lego bauen Also ich finde es ja irgendwie Es ist beeindruckend Aber auch ein bisschen cringe Das Eichhörnchen Hat da extra... Oh, das ist aber wirklich süß Wer ist er so? Hat hier so eine Basie am Stüssel? Keine miese Tricks mit der Basie anscheinend Lässig Das war dieses andere Lässig, Leute Den habe ich auch schon gesehen Und den habe ich tatsächlich sogar auch schon mal selber gemacht, Leute Mit so einem Rasenmäher So einem Halten Ja Nicht schlecht Herzschlag Für Ärzte Nicht schlecht Ey Wie langweilig muss einem sein? Das ist zu krank Oh Schöner Golfball Der kommt jetzt gut Stell dir mal vor, ne? Come on Come on Come on Come on Come on Yes! Yes! Wild Danach bist du die Golflegende Bottelflip Oh, guck dir die ihren Mund an, ne? Bottelflip Ist das denn Totenkopf? Oder Was kann man da sehen? Ja, glaub ja, ne? Wild Einfach Trickshot auf dem anderen Level Also, Leute Egal wie du hier gegenwirfst Er hat das irgendwie speziell entwickelt Es geht immer rein Du wirst zu verlieren Du wirst zu verlieren Ich spiele ein bisschen Catch mit mir selbst Alter Wie gut gemacht Ich hab das, glaub ich, schon mal gesehen Auf TikTok Richtig gut gemacht Was ist das, bitte? Schlecht Ui Nonnen am, äh, Basketball spielen Oh mein Gott Der Hund Hat richtig Bock Ja, gut Okay, I'm bored in the house Meine ganze Aufmerksamkeit gilt diesem Video Natürlich Und Leute, wer wäre ich, wenn ich nicht die Vergrößerungsbrille hätte? Oh, Hallöchen Oh, oh Also, also, da war ja grad ein Nibbelblitzer, ne? Stell dir vor, deine Freundin tanzt an so einer Stange Ich will ja nichts sagen so Ist es nicht so, dass ich sag, ich, ne? Aber man Ist das heiß Oha Alter, Volleyball mit dem Doggo? Digga, Doggo Carrie Oh, mit der Schnauze Wie krank Der Hund anders heftig So, okay Laserhead Damit man sich von den Leuten entfernen kann, ne? Was ist das hier? GTA 5-Hymne Kein Internet Lol Nicht schlecht Der hat, äh Tieten studiert Die Zähne Der arme Hund Na ja, gut Was heißt der arme Hund? Witzig ist es, ne? Aber ja, macht man natürlich nicht Wer sind die drei da? Die chillen da einfach auf dem Eis, oder wie ist das? Moin Bistig ist nicht auf dem Fluss Okay, tauber Hund Er will ihn, er will ihn aufwecken, ohne ihn zu erschrecken Ne, taub, ne? Taub Oder, oder blinder Hund? Blind, blind glaube ich Ist doch kein blinder Hund, oder? Der arme Hund Warte mal, die feist taub, alter Erzähl mir doch nix Mann, bin ich dumm Da ist ein Bär mit nem Verkehrsschild Aha Der hat gar keinen Bock mehr Was ist das? Als ob Das sieht so krass aus, Leute Heftig Er hat auch ein geiles Zimmer Geiles Lied, Leute Das war's mit einer weiteren Unglaublichen Degel-Campillation Und ich hoffe, euch hat sie gefallen Mir auf jeden Fall Lasst ein Like da Wenn ihr mehr davon sehen wollt Haut ein Abo raus Für meinen Reaktionskanal Checkt eins von diesen beiden Videos aus Ich wünsche euch noch keinen schönen Tag Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Fuß geht raus Bis am Bis am Genau Ich wünsche euch einen schönen Tag giliffen